Guten Tag! Das ist meine Familie. Das ist mein Vater. Er heißt Georgi. Das ist meine Mutter. Sie heißt Tamari. Das ist mein Bruder. Er heißt Gela. Er ist 13 Jahre alt. Das ist meine Schwester. Sie heißt Epemia. Das ist meine Großfamilie. Das ist meine Oma. Sie heißt Lia. Das ist mein Opa. Er heißt Mamuka. Das ist mein Opa, Alexander. Und das ist meine Oma, Nato. Das ist meine Großmutter. Sie heißt Mary. Das ist meine Großmutter. Sie heißt Mariami. Das ist mein Onkel Gela und meine Tante Nadia. Das ist mein Onkel Guga und meine Tante Nino. Das sind meine Lehrerin Mariami und Marika. Das sind meine Freunde. Das bin ich Nino. Ich bin elf Jahre alt. Ich liebe meine Familie.